UNTERTITELUNG Wenn du gehst auf den Ars, schau, was du tust. Ja, ich würde ja mit allen drei, weil das besser klingt bei mir, glaube ich. Ja, aber du musst fühlen, den Kontakt mit dem, da. Nicht gegen, drück nicht gegen, sondern fühl das. Da, wo ich drücke. Da, la, da. Da, la, da. Ja. Ja, ich fahre. Wenn jemand zu einem bestimmten Punkt in instrumentaler zu einem Musikmakingen geht, dann geht es hier. Dann fern wir, glaube ich. Aber jetzt gehen wir von hier zu dem nächsten Schritt. Und wir haben den Grund auf dem nächsten Schritt. so basically everything is wrong if you consider the next station then we reach that level bravo, celebration time champagne and all but now we aim from here to here again we find ourselves on the bottom of that next step and it never ends it only ends if somebody does not use or doesn't know the basic elements of instrumental playing and music making because then there is a limit they reach a limit and they can celebrate the rest of their life and what if they succeed doing with it is fine piano plays in bright rhythm 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 Untertitelung des ZDF, 2020